Hallo und herzlich willkommen aus dem Hypnose-Studio deiner digitalen Hypnose-Praxis online. Mein Name ist Ralf Lederer und ich möchte dir heute von einer jungen Dame erzählen, die mir geschrieben hat vor einigen Wochen bereits und ich habe ihr schon ausführlich schriftlich geantwortet via E-Mail. Trotzdem möchte ich dir jetzt hiervon noch einmal erzählen, denn es geht hier um ein Thema, das ich bisher noch gar nicht angesprochen hatte und man könnte die Episode nennen, willst du es wirklich, wenn man das so jetzt ganz von außen nüchtern betrachtet. Aber ich habe mich dazu entschieden, das Ganze anders zu benennen und es geht einfach um andere Dinge als den Willen oder um das Erreichen von Zielen, nämlich um die Person, die mit dir zusammenlebt, um die Menschen, die in deinem Umfeld sind und die mehr oder weniger jeden Tag mit dir zu tun haben, die dich auf eine gewisse Art und Weise bereits mit deinen Verhaltensweisen kennengelernt haben und dazu gehört natürlich auch das Genießen, das Essen, das vielleicht gemeinsame Kochen oder auch Bekochtwerden und das Bekochtwerden beziehungsweise das Bebackenwerden, wenn man das so ausdrücken kann. Darum ging es in dieser E-Mail, denn die Dame hat mir eine E-Mail geschrieben mit der Anfrage oder mit der Problematik, dass sie mir davon erzählt hat, dass sie mein Sechs-Wochen-Programm zum Abnehmen, Link übrigens in der Beschreibung oder ganz einfach auf ralflederer.com, ja, dass sie dieses Programm erworben hat und bereits nach der ersten Woche, nach ein paar Mal Hören der Hypnose die Mengenreduktion auch direkt umgesetzt hat und nach der Hypnose so gut wie kein Verlangen mehr hatte nach süßem, nach überflüssigem Essen, sondern wirklich gesagt hat, ja, ich kann jetzt eigentlich auf das verzichten, was on top ist, was der Körper eben nicht braucht zum Überleben und was on top die Pfunde auf die Rippen bringen würde. Jetzt ist es aber so, dass diese Dame einen sehr, sehr lieben Lebensgefährten hat, der selbst extrem übergewichtig ist, der sie so kennengelernt hat, dass sie eben sehr gerne isst und das war für sie bisher auch okay, beziehungsweise hat sie ihr Gewicht so nicht beachtet. Sie hat es akzeptiert und zugeschaut, dass sie immer dicker geworden ist im Laufe der Jahre und ja, an diesem Tag hat auch er, wie sonst üblich, für sie gebacken, ihr ein Stück Kuchen, vielleicht sogar mit Sahne hingestellt und hat gesagt, Schatz, habe ich mit Liebe gemacht für dich. Jetzt kam sie in den inneren Konflikt. Sie hat das Hypnoseprogramm gekauft, sie hat die Mengenreduktion in Woche 1 gehört, fühlte sich bereit, auf das Stück Kuchen komplett zu verzichten, es war wirklich nicht notwendig, hat aber aus Liebe zu ihrem Mann das Stück Kuchen eben doch gegessen. Daher auch, ja, der Titel könnte heißen, willst du es wirklich? Aber gehen wir doch mal tiefer in die Substanz. Ja, sie will es wirklich, aber sie wollte ihrem Mann nicht wehtun. Wie kann man dieses Problem jetzt lösen? Ja, so in etwa war die Frage gestellt, neben einigen anderen Dingen, die ich sonst schon beantwortet habe. Deswegen lass uns jetzt mal darauf konzentrieren, wie kann man das Problem lösen, dass man dem Mann jetzt eben nicht wehtut? Ganz einfach. Bitte erzähle deinem Lebenspartner vorher. Wenn du so einen lieben Mann hast, der gerne kocht, vielleicht sogar selber übergewichtig isst, aber sich bisher nicht darum gekümmert hat, der das so laufen lässt, Wenn du jemanden hast, der gerne für dich backt, Kuchen backt oder was auch immer, dann spreche vor Start deines Beginns mit dem Abnehmen, bitte mit deinem Partner und schildere ihm, wie wichtig dir das Anliegen abnehmen ist. Wieso du unbedingt jetzt abnehmen willst, auch wenn du es die letzten Jahre schleifen lassen hast. Wenn du deinem Partner nicht von deinem Vorhaben, von deinem Wunsch erzählst, jetzt etwas für dich und deine Gesundheit zu tun, für dein Äußeres, für dein Selbstbewusstsein oder warum auch immer du abnehmen möchtest, und dann dein Partner kommt, voll motiviert mit einem Stück Kuchen und einem großen Hub Sahne oben drauf, und du sagst, nein, Entschuldigung, ich nehme übrigens ab, ist das natürlich was völlig anderes, als wenn du dich von vornherein mit ihm hinsetzt und sagst, Schatz, ich liebe dich, ich liebe dich so wie du bist, aber ich habe den Wunsch, etwas an meinem Körper zu verändern, weil Punkt A, B, C, D, kann sein, was es will. Ich möchte gerne für eine Weile auf Kuchen und Sonstiges verzichten, denn ich möchte jetzt endlich und endgültig abnehmen. Und ich bitte dich, meinen Wunsch zu akzeptieren, ich liebe dich wie du bist, aber meinen Körper möchte ich verändern. Ich liebe es, wenn du für mich kochst, denn du zeigst Zuneigung durch das Kochen für mich. Ich liebe es, wenn du es für mich, wenn du für mich ein Stück Kuchen hinstellst, was du selbst gebacken hast. Du kümmerst dich um mich. Und lass uns doch bitte gemeinsam eine Lösung finden, wie wir diesen Liebesbeweis deinerseits, den ich immer sehr gerne annehme, so adaptieren können, dass ich körperlich und später seelisch nicht darunter leide. Und wenn du einen Mann hast, der das aus Liebe für dich tut, das Backen oder Kochen, und nicht nur, weil er so Spaß daran hat und irgendjemand braucht dir das auch wirklich, Futter hat auf Deutsch gesagt, dann sollte daraus ein wunderbares Ergebnis entstehen. Und vielleicht schaffst du es auch, mit deiner neuen Motivation, deinem Partner zu inspirieren, automatisch gesünder zu kochen. Ich hätte jetzt fast gesagt, gesünder zu backen, das geht aber in eine andere Richtung. Da müsste man ein bisschen mehr recherchieren, glaube ich, gesunden Kuchen zu backen. Geht mit Sicherheit. Da gibt es bestimmt irgendwelche vegane Lösungen oder sowas in der Richtung. Oder wenig Zucker, ja. Darum geht es ja. Und wenn sich ein Paar liebt, dann möchte das Paar auch gemeinsam gesund älter werden und nicht der eine in die eine Richtung gehen, für sich etwas zu tun und gesund zu bleiben. Und der andere sagt, nein, ich mache so weiter, ist oder wird immer kränker dadurch und daraus resultiert auch keine Harmonie. Geht diesen Weg gemeinsam und selbst wenn der Partner sagt, nein, ich möchte aber so bleiben, wie ich bin und du liebst ihn, wie er isst, kannst du ihn nicht ändern, aber du kannst ihn darum bitten, deine neue Sichtweise zu verstehen. Und das heißt ja nicht, dass er gar nicht mehr für dich kochen soll oder gar nicht mehr backen soll. Darum geht es nicht. Es geht nicht um Verzicht. In der Veränderungsarbeit, zum Beispiel mit Hypnose, von innen heraus geht es darum, intuitiv das Richtige zu tun. Und manchmal sind es nur kleine Adaptionen, die notwendig sind, kleine Veränderungen, die notwendig sind, um dieses Ergebnis zu erreichen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Nochmal das Sechs-Wochen-Programm zum Abnehmen gibt es auf ralflederer.com, falls du es noch nicht kennst. Und im Nachhinein nochmal, wenn du mir hier zuhören solltest, liebe Christina, ich adaptiere mal deinen Namen. Nochmal liebe Grüße meinerseits. Das ist die versprochene Antwort, die jetzt ein bisschen spät kommt, also ein bisschen verspätet kommt, aber die ich dir versprochen habe, auch wenn ich dir schon ausführlich per E-Mail geantwortet habe. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Ralf Lederer aus dem Hypnose-Studio. Das ist die 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 Ralf Lederer aus dem Hypnose-Studio.